Hallo zurück, hier am Samstag zur Demo-League-Treffen bei der IAM Cologne haben wir ja noch so ein kleines Special für euch. Und zwar der Gute Fotografie hat damals mal eine kleine Wette abgehalten, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Battle for Zootopia-Turnier eine Spende von Grenze 250 Euro erreicht wird, dass dann sein Bart fällt. Und genau das passiert jetzt, denn wir haben ganz schön viel Geld eingesammelt damals. Ja, und da sieht man hier schon mal in den Bart. Ja, schön gepflegt, ja, lang, unten. Ein paar letzte Worte. Let's go. Er sagt let's go, dann let's go. Ich liebe alles daran, Freunde. Ich liebe alles. Machen wir das jetzt ganz weg? Oh Gott, oh Gott, okay. Du möchtest den Ring bestimmt wieder haben, ne? Erzähl doch wirklich, oh Gott. Und, wie fühlst du dich jetzt so mit einem wunderschönen, ganz, ganz grässlichen Bart? Warte, 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 warte. So, ich habe dir deine Haare als Erinnerung an diese IEM wieder mitgegeben. Er wird versteigert. Ja, da muss er aber draufzahlen, glaube ich. So, jetzt darfst du dich noch hübsch machen für den restlichen Teil der IEM. Da hast du ein Kind. Na, der hat ein Kind. So haben wir Frodo lange nicht gesehen. Ich noch nie. Ich finde, wir haben dich auch ein bisschen optisch aufgewertet, aber... Aber hier unten steht noch gut. Was sagst du zum neuen Umstyling? Ich liebe alles daran. Ich bin froh, dass ich hier bin. Dafür hat es sich schon gelohnt, herzukommen. Wer braucht die Spiele, wenn man das haben kann? Und das war die Enthaarung vom Kinn von Fotografie. Er sieht doch ganz hübsch aus. Also man kann den Kinn erkennen. Ja doch, das geht schon. Muss jetzt natürlich noch ein bisschen nachgebessert werden, wenn wir dann wieder raus sind von der ganzen IEM. Aber ich denke mal, das hat sich gelohnt. Und wir hoffen mal, dass wir vielleicht in den nächsten Jahren nochmal solche Wettmachen. Danke fürs Zusehen. Mal gucken. Wir kommen bestimmt noch ein bisschen mit anderem Content hier von der IEM. Ansonsten, falls ihr auch auf der IEM seid habt, viel Spaß und falls ihr uns seht, einfach ansprechen. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüش!